Ich hab ihn! Ich hab den Köpfel in die Hose gehabt, sag ich dir, ey. War mir eigentlich sehr unangenehm, weil ich nicht wusste, wie Dieter Bohlen oder generell die Jury reagieren würde. Thomas, ich find dich als Typen richtig cool und deshalb ein ganz klares Ja. Kurz und schmerzlos. Du bist irgendwie tatsächlich sehr authentisch, in welcher Richtung auch immer, keine Ahnung. Also du siehst nicht gerade aus so wie einer von the sunny side of town. Ich lebe zur Zeit von Hartz IV. Für mich ist das definitiv immer eine peinliche Situation, darüber zu reden, weil wohl fühle ich mich damit nicht. Du hast einen Wiedererkennungswert, wonach man ja immer sucht in dieser Branche. Super. Achterbahn, Leute. Musik bedeutet für mich alles. Das ist das Beste, was ich kann. Also für mich gibt's keinen Plan mehr. Das ist mein Ziel. Ich will das erreichen, unbedingt. Musik Sieht gut aus. Wie sehr willst du das hier? Unbedingt. Das ist mein Leben. Musik Thomas, ich halte dich für extrem authentisch. Du bist ein interessanter Typ. Dieser Weg wird steinig und schwer. Dein Weg ist heute nicht steinig, sondern er geht direkt in die Top 15. Herzlich Willkommen. Musik Musik Was völlig klar ist, du stichst hier total raus. Meine Eltern, die haben mir wirklich sehr viel geholfen. Die sind auch zu ihrem Konzert hingefahren und die haben nie zum Beispiel zu mir gesagt, lass das Junge. Die haben mich immer unterstützt und das ist super echt. Also, ei, 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 ei. Ich stehe auf, ich sage Respekt. Also, viel besser geht nicht. Dankeschön. Musik Musik Ohne dich wäre es hier wirklich langweilig. Musik Musik Weltklasse, ganz ehrlich. Musik Ich habe immer noch Gänsehaut am ganzen Körper. Musik Let it be 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 Wisdom of words Wisdom Let it be Großartig, großartig, großartig. Let it be Keiner hätte das besser machen können als du. Musik Wisdom of words of wisdom Let it be Ich bin nicht toll. Ich glaube, das wird schon irgendwie. Zuhause �i Aku Das ist Wenn dann Hi Vielen Dank.